Diese hier angebotene 4-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. März 2014 bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung befindet sich in Schwerin-Altstadt. Das Objekt verfügt über 4 Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette, eine Einbauküche sowie einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 103 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 900 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020